Es sieht gar nicht so schlecht aus, zumindest mal wenn man auf den DAX schaut, hier hat man den Eindruck schon, dass das ein ganz gutes Zeichen ist. Wir haben einen deutlichen Anstieg im kleinen Bild zugegeben jetzt hier im 15-Minuten-Chart. Im großen kann man das noch nicht so richtig erkennen, das ist klar, wer jetzt im ganz großen Bild guckt, dann ist das noch nicht wirklich deutlich. Aber wir haben das Ganze in einer wirklich guten Unterstützungssituation und das lässt zumindest mal hoffen. Der DAX also in guter Manier im Moment unterwegs. Das Schöne ist, dass das Ganze, wenn wir hier auf den Index gucken, sogar in einem recht schönen Verlaufsmuster ist. Hier, dann war hier eine Pause, dann haben wir ein Gap gehabt, das ist bei Indizes, die nachts natürlich zu sind, ja häufiger der Fall. Also wir hatten hier eine Pause, wir hatten hier eine Pause, da vorne ging es steil, steiler als ein Gap geht sowieso nicht und hier hinten sieht es auch latent steil aus. Und wer dieses komische Zeichnen kennt, der weiß, das sieht doch aus wie ein Fünffäller. Und ein Fünffäller ist eine gute Startsituation für eine neue Bewegungsrichtung. Wenn das Ganze stattfindet an einer Unterstützung hier, dann haben wir da natürlich eine ganz gute Voraussetzung, dass der Kurs auch noch mehr will. Ob das jetzt wirklich schon reicht auf 20.000, das ist mal dahingestellt, aber es bürtet zumindest mal die Chance hier ein wenig. Bei der nächsten Korrektur sich hier mal mit einzumischen und zu sagen, Moment, wenn wir das hier vorne haben, dann geht das hier also, dass wir uns zumindest ein bisschen entfernen von diesen Niveaus. Dafür sind die Chancen gar nicht so schlecht. Der DAX also in einer guten Startposition, zumindest im kleinen Bild, noch nicht im großen. Doch dazu komme ich gleich nochmal zum großen Bild. Jetzt erst nochmal im kleinen Bild ein Blick auf den Dow Jones. Der ist zumindest mal, wenn man diesen Verlauf anguckt, ebenfalls gut drauf. Schub hoch, hier mal Pause, dann hier Schub, hier so eine Seitwärtskorrektur in irgendeiner Form, dann nochmal hier Schub. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall der Teil jetzt nicht ganz schlecht. Und vielleicht, ja, wollen wir den Tag noch nicht vor dem Abend loben, das Ganze ebenfalls eine Situation, die für mehr noch passend ist. Also ein bisschen tiefer darf es noch, auch jetzt noch. Ich weiß, dass einige sagen, das ist aber doch jetzt ein zwingendes Zeichen dafür, dass der Kurs jetzt definitiv nach oben muss. Die Chance nach oben ist ja da, das sehen wir ja hier. Aber es ist noch nicht vom Tisch, dass das nach dieser Geschichte, dieser Wackelei jetzt hier nochmal einmal runterkommt. So schnell geht das Ganze nicht, aber zumindest vorläufig ist mal die ganz große Sorge, der ganz große Druck nach unten, zumindest mal bei diesen beiden Indizes vom Tisch. Wie sieht es beim S&P 500 aus? Auch da aktuell erstmal ein bisschen Entspannung. Klar, solange die Kurse nach oben gehen, ist erstmal das die bessere Richtung. Und es gibt auch im Kleinen jetzt erstmal nichts dagegen auszusetzen und von was anderem auszugehen für diejenigen, die Intraday unterwegs sind, wäre eine Möglichkeit, die nächsten Rücksetzer abzuwarten. Egal, ob die jetzt im ganz Kleinen sind oder im ABC hier im Kleinen immer mal wieder hier so in dieser Größe oder ob das dann mal eine Nummer größer wieder wird. Wichtig ist nur, dass die Abwärtsbewegung nach dieser Aufwärtsbewegung eben entweder, naja, Zeichen ist noch gerade falsch rum hier, entweder ABC ist oder eben wackelig. Das kann sich der Markt aussuchen. Beides wäre für mich egal. Beides würde für mich, wenn dann hier das Zwischenhoch getriggert wird, dabei spielt es wie gesagt von der Form keine Rolle, wenn das dann getriggert wird, ein Zeichen. Ah, okay, Päuschen gemacht, na gut, sei ihm gegönnt und dann eben weiter. Also im kurzen erstmal sieht es gut aus. Ganz vom Tisch, wie gesagt, ist die Abwärtsseite noch nicht. Ich weiß, dass viele sich das wünschen. Auf der anderen Seite auch solche Szenarien gibt es noch. Das werden wir beobachten müssen. Deshalb nicht einfach pauschal sagen, ach, wird schon gut gehen, sondern in dem Fall tatsächlich sagen, kommt so eine Bewegung steil runter und wackelig hoch. Dann eben dann doch noch nicht. Dann müssen wir eben damit rechnen, geht es aber wackelig hier runter. Oder ja, dann eben tatsächlich die Aufwärtsrichtung, die bevorzugte. Also ihr seht, worauf ich dabei hinaus will. Das ist natürlich beim Nasdaq grundsätzlich auch nicht anders. Das Ganze aus einer Unterstützungssituation bietet zumindest mal die Chance für einen Dreh. So, jetzt habe ich es eben angesprochen. Das ist jetzt das kurze Bild. Wir haben über Gold gesprochen. Wir hatten einen Trade des Tages zu Gold gemacht. Insofern, da muss ich eigentlich gar nicht groß was zu sagen, wo unsere exakten Marken liegen. Das guckt ihr euch sehr, sehr gerne selber an. Im Trade des Tages, der ist natürlich grundsätzlich immer noch gültig. Könnt ihr angucken. Natürlich entweder zum Orientieren, um so eine Idee zu kriegen, wie kann man sowas anpacken. Aber natürlich auch mit der ganz konkreten Idee, was man machen kann. Also bei Gold, da müssen wir im Moment nicht so viel drüber reden. Zumindest nicht im Kurzen. Worüber wir aber reden müssen, das ist das Übergeordnete, das große Bild. Und das Ganze charttechnisch. Aber, ihr wisst ja, ich bin Charttechniker, auch in Verbindung mit der fundamentalen Situation. Häufig heißt es immer, ja Mensch, Rüdiger, du bist doch hier nur mit den Charts. Es taugt doch nichts. Wie passt das Ganze denn zusammen? Das wollen wir uns heute Abend mal angucken. Bust and Boom, beziehungsweise Boom and Bust, eigentlich richtig rumgesagt mit Markus Fugmann und Roland Ullrich. Wir werden mal gemeinsam uns die Situation angucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Den Link, den gibt es hier gleich zu diesem Video heute Abend, zu dem Stream. Könnt ihr mit dabei sein. Das werden wir hier als Link gleich nochmal unten runter posten. Seid unbedingt mit dabei. Das Format ist sowieso klasse. Heute darf ich ausnahmsweise mal mit dabei sein. Das freut mich natürlich sehr. Und deshalb würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dort die Verheiratung von Fundamental und Charttechnik, wenn wir das Ganze uns mal ein bisschen genauer angucken. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gutes. Ich sehe euch heute Abend, 18.30 Uhr. Schaltet damit ein. Wie gesagt, der Link unten drunter. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.